Die letzten beiden Jahre ist unser Geburtstag leider ausgefallen. Und das Besondere heute ist, dass wir unseren 17. Geburtstag an allen Standorten gleichzeitig feiern. Und hier natürlich in einer nie gekannten Größe und Dimension. Unser vergangenes Dorzhoff-Geschäftsjahr lief sensationell. Wir hatten ungefähr 30 Prozent Wachstum, was dafür, dass das zweite Corona-Jahr war, ganz okay war. Corona hat uns gelernt, mit Digitalität endlich umzugehen. Da, wo sich auch der Beamtenapparat, der öffentliche Dienst oder Schulen und Verwaltung noch sehr schwer getan hat, waren sie uns schon lange weit voraus. Nicht alles, was wir in Corona erfunden und erdacht haben, ist automatisch schlecht jetzt in der Post-Corona-Zeit. Also wir machen zum Beispiel auch hybride Vorstellungsgespräche oder hybride Mitarbeitergespräche, hybride Kundenklamäne, hybride Konferenzen und natürlich auch hybride Firmen feiern. Aber hybrid insofern, dass heute alle an allen Standorten zusammenkommen. Der Leipziger Standort war der zweite Standort nach Berlin, den wir eröffnet hatten, vor jetzt knapp fünf Jahren. Er ist rasant gewachsen, tolle Mitarbeiter, die wir über die Jahre hier gewinnen konnten. Mittlerweile sind wir auf knapp 90 Mitarbeitende gewachsen. Wir sind damals gestartet mit ca. 250 Quadratmetern. Über die fünf Jahre hat sich die Fläche jetzt auch nahezu verfünffacht. Ich glaube, den Leipziger Standort macht das aus, dass alles ein bisschen familiärer ist. Dass er nicht ganz so groß ist wie jetzt zum Beispiel Jena und dass man einfach so aufeinander zählen kann, finde ich persönlich sehr schön. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020